Ich weiß, wer du bist und woher du kommst. Du bist Ivan aus einer anderen Welt. Du wurdest doch dort versteckt. Nun bist du zurück. Freut mich herzlich willkommen. Verzeihung. Da ist Feuer in deinem Haus. Ich bin reingegangen und... Oh nein, mein Haus bringt dich um! Wir gehen zu den Weißen Bergen. Dort ist das magische Schwert versteckt. Und du wirst uns helfen, es zu finden. Dann schicke ich dich zurück in deine Welt. Bleib stehen, du Ungeheuer! Vor dir steht höchstpersönlich! Okay, du Held. Zeig, was du kannst und besiege dieses Ungeheuer. Den Riesen zu besiegen ist nicht so einfach. Ich wollte dich retten. Ich bin unsterblich. Die Ritter sind auch nicht nur das, was sie früher mal waren. Hast du je daran gedacht, hier zu bleiben? Du bist doch ein Krieger. Das ist doch deine Welt. Lass mich hier raus! Wenn sich die allerkleinste Chance ergibt, geliebten Menschen zu helfen, muss man diese Chance unbedingt ergreifen. Ich möchte dir helfen. Hälfte! Er ist ein Krieger. Diese Witzfigur? Er wurde so geboren. Du lachst mich aus? Hast du gerade meinen Lieblingsbesen zerbrochen? Nur ein bisschen. Ich repariere ihn wieder. Kann ich jetzt endlich zurück? Ich halte dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Untertitelung des ZDF, 2020